Musik Parkfestival 2024 in Lüttringhausen hinter im Rathaus. Darüber wollen wir heute reden, denn das findet in anderthalb Wochen statt. Und ich habe Vanessa Arntzen sowie Bernd Hoppe bei mir. Bernd, ein großer Erfolg letztes Jahr. Dieses Jahr findet es wieder statt, das Parkfestival. Wer ist alles beteiligt neben euch, dem Heimatbund? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir wieder für zwei Tage ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben. Mit allen Beteiligten, wie im letzten Jahr, der Flairladen, die Lutheraten sind da, der Lüttringhauser Männerchor, Lüttringhauser Frauenchor. Und das ist schön, dass alle wieder zu uns gefunden haben. Und am Freitagabend um 17 Uhr geht es los, am 13.09. Genau, am 13. und am 14. wird gefeiert. Vanessa, was kannst du uns ein bisschen zum Programm sagen? Was wird alles stattfinden? Also die Lutheraten kümmern sich um das Programm. Wir haben ein paar Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Unter anderem wird halt Freitagabend durch den Daniel Sieper eine Stadtführung stattfinden, die kostenlos sein wird. Treffen ist dann um 17 Uhr am Rathauseingang. Und für Samstag haben wir auch ein paar tolle Programmpunkte. Wir haben eine Lesung von dem Herrn Itzschat. Wir haben einen Ballonkünstler da, Kinderschminken, eine Hüpfburg. Für die ganze Familie etwas dabei. Und musikalisch wird das auch noch untermalt, ne, auf der Bühne? Genau, wir haben ein ganz tolles musikalisches Programm von der Musikschule zusammengestellt. Mit Coverbands von Rock, Pop. Alles dabei. Alles dabei. Und Bernd, fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt? Ja, natürlich. Also wir haben auch aus den Engpässen vom letzten Jahr gelernt. Wir haben auch dieses Jahr ein Angebot Kaffee und Waffeln. Es gibt natürlich was Herzhaftes. Die Metzgerei Nolzen stellt auch einen Stand. Und es ist für jedermann etwas zu essen und zu trinken da. Abschließend, ihr habt euch ja entschieden, Freitag und Samstag zu feiern. Wieso? Ja, wir haben gemerkt, im letzten Jahr ging es über drei Tage, dass der Sonntag dann von der Kapazität her doch relativ zäh war. Und man muss ja auch auf- und abbauen. Und das fordert dann sehr viele Kräfte. Und dann haben wir gedacht, dass wir vielleicht den Sonntag einsparen und die ganze Kraft in die zwei Tage Freitag und Samstag legen. Dann danke ich euch beiden für dieses Interview. Also kommen Sie vorbei oder kommt ihr vorbei am 13. und um 14. September Parkfestival in Lüttringhausen.